In diesem Fall kommt er dieses Jahr. Lausanne heisst es immer. Nein, ich habe eine Lausanne. Mit 2 und 5. Mit 6 und 5. Ah ja, genau. Nicht mit 7, du kommst in die Schule. 6. Heute ist der Lieblingsstatus auf dem Facebook-Abinile. Das ist meine Lieblingsstatus-Beschäftigung. Facebook? So, das ist Spachen. Ja, nein. Ich wohnen und putzen. Ja, Senpai ist Abwitz-Tag. Senpai ist wohnen und putzen. Voll schlecht, wenn du einen Senpai hast. Nein, ich habe 140 Quadratmeter zum Putzen. Ich bin 120. Nach 4-5 Stunden bist du immer noch nicht fertig. Ich habe nur 150 Quadratmeter Wiese. Ich bin draussen. Ich habe auch sonst kein Geld dafür. Ja, ich auch. 150 Quadratmeter Wiese? 50 Quadratmeter. Und 100 Quadratmeter Wohnung. Du musst selber mehr? Also, eigentlich sind die Freunde Meier. Also, ihr? Okay, ihr Freund Meier. Ist das nicht so, dass es gemeint wird? Ja, wir haben es eigentlich schon, aber wir haben es wegen dem Hund eingehaktet. Jetzt kommt er nicht mehr durch. Aber der Hund ist eben auch so schön. Sie haben so eine Holzpföste, und der Hund hat sie einfach rausschmelzt und haben sie ihn gebracht. Geiles hier, oder? Das wird uns auch machen. So, wo ist das Stück? Ja, gell? Ja, wirklich, das ist halt in einem Holzpföste. Ja, so gut. Und der Dima ist dann... Dima ist dann... In einem riesen Kampf, wo er wohnt im Haus. Und der Hund kommt ganz stolz zu mir und zeigt mir, dass er den Masken zu mir ist. Nein! Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, 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 warte. Warte, warte. Oh, mach sie das auch. Ja, wir haben die beiden. Ja. Warte, warte, warte. Oh ja. Danke, bitte. Tschüss. Komm, zu Mama. Komm, zu Mama. Ja.